Ciao meine Damen und Herren, willkommen zum nächsten Video. Heute schauen wir ein bisschen in Overwatch rein, denn da scheint es aktuell leckeres Zeug zu geben. Fall Nummer 1, Casherino. Mir wurde nicht zu viel versprochen. Hier haben wir also tatsächlich schon direkt am Anfang jemanden mit einem Knifftelchen. Warte, sind das nicht auch Handschuhe? Das sind doch auch, das sind doch auch Dinge. Die passenden Handschuhe dazu. Also das Knife ist sicherlich nicht allzu teuer. Ich meine, so ein Forest Diddy Pad in wahrscheinlich FT oder so oder noch ein bisschen schlechter. Was kostet das? 60 Euro oder sowas? 50 vielleicht? Bei den Handschuhen weiß ich nicht genau, ob die hart zu Buche schlagen. Okay, Warm-Up ist jetzt etwas arg langweilig, da spüren wir einfach mal drüber. Das ist ein bisschen haarig hier. Obwohl, war das jetzt schon auffällig hier? Fuck, jetzt zurück bitte. Geht nicht. Dann mach jetzt aber auch, Monsieur. Vielleicht ist es ja ein Legit, der komplett zierlich ist. Okay, der ist ihm halt einfach reingelassen. Oh, 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 oh. Oh. Was war da denn los? Oh. Oh, okay. Okay, was ist da denn los? Und es leckt auch irgendwie. Irgendwie leckt der Knilch vor sich hin. Aber brutal. 120er Pink. Kein Wunder, dass es so zuckelt. Das ist ja ekelhaft. Mach doch mal deinen Pink gescheit, du Dackel. Dackel, die haben den vielleicht auch direkt wegen einem Fake-Black-Fake-Ping irgendwie gedödelt. Wie ist es, Monsieur? Wie ist es? Machst du jetzt noch was Drastisches? Er geht weg. Er geht von den Feinden weg. Alles klar, hier willst du den anderen rüber. Ob die so lange überhaupt überleben? Nee. Die Bombe geht rüber auf B. Was weiß er jetzt? Also ich würde hier schon mal sagen, dass da auf jeden Fall ein Wall-Hack im Spiel ist. Aber halt auch eine Aim-Unterstützung. Also man hat ihn zwar eben steppen gehört und hätte dann deswegen auch sich zurückziehen können. Aber auch in der ersten Runde hat man schon gesehen, wie er so ein bisschen rumguckt. Also wirkt tatsächlich direkt wie ein ganz normaler Dackel. Aber halt mit Skins. Ich weiß nicht, ob vielleicht vor kurzem ein Overwatch-Update kam und jetzt Leute, die sonst vielleicht nicht im Overwatch sind und auch nicht damit rechnen, halt jetzt plötzlich drin sind. Unwissend, mehr oder weniger. Wie gesagt, es ist jetzt nicht ultimativ teuer, was er da am Start hat, aber Geld ist es auf jeden Fall. Wie er hüpft. Also wahrscheinlich hat Frog auch an, oder? Und ist jetzt für ihn gehüpft, weil er ihn sieht. Er sieht ihn und... Hey, ich ziehe da auch. Guck mal, der andere ist schon am Drehen. Habt ihr das gesehen? Am Spawn die Nummer 4. Dreht sich schon im Kreis. Ist schon abgefuckt. Also da ist mindestens ein Gegenteater auch mit dabei im anderen Team. Okay. Wieder gucken. Kriege ich die Sachen? Kriege ich die Waffe? Nein. Also sie kommen bei B schon durch. Ja, er sieht sie halt ultra. Und ich meine auch, dass da auf jeden Fall kein normales Aim am Start ist bei ihm. Das Teil schießt mehr oder weniger automatisch. Oh, da wird er schon angeneift von seinem Mate. Die Nummer 2 hat... Guck mal da. Ja, also eigentlich ist der Fall schon durch, würde ich sagen. Also ich... Also auf Wallhack würde ich auf jeden Fall feste gehen. Oder werde ich feste gehen. Und Aim Assist... Ja. Ich meine, Aim Assist ist vielleicht jetzt nicht so stark ausgeprägt wie die Wallhack-Geschichte, aber man sieht es auf jeden Fall. Also gerade die erste Runde, wenn man das... Wow, war das jetzt sein Ernst eben? War das eben sein Ernst? Ich wollte jetzt hier nochmal ganz kurz zeigen, dass er eigentlich gar nichts anhat. Dann bleiben wir doch noch kurz drin. Noch ganz kurz. So, Frog kommt drüber. Nee, kommt dann nicht. So, Achtung, Achtung, Achtung. Ja, also er schießt ja... Er schießt ja wirklich schon hinter der Wand los. Und geht dann praktisch um die Ecke, um die... Um die Kugel da richtig zu leiten. Also so wirkt es zumindest. Drei seiner Mates? Nee, vier. Alle vier. Sind hinten stehen geblieben. Und chillen ihre Bäckchen. Sie laufen jetzt erst los und kriegen... Wow, was war da denn los? Ah, okay, lächerlich. Von mir bekommt er auf jeden Fall Vision... Ich meine, Aim Assist, Vision Assist, Other nicht und Grief auch nicht. Das war's, Monsieur, das war's. Ha ja, bin er. Fall Nummer zwei. Weiter geht's. Auch auf das zwei, der wird doch gar nicht gehackt, oder? Schon wieder vom Anfang. Oh. Und direkt eine Mecha Industries. Habe ich da eben kurz was Rotes aufblitzen gesehen? So ganz schocht. Oh, der Dragon Kick. Der hat irgendein Kniftelchen. Keine Handschuhe, aber ein Kniftelchen hat am Start. Man sieht's kurz. Unten an der Schrift. Oh ja, guck dir das an. Tatsächlich ein Skeleton Knife Forest Diddy Pad. Schon wieder Diddy Pad, hä? Haben wir doch eben. Und eine Cortex, die ist auch nicht schlecht. Da gucken wir mal, was... Monsieur? Monsieur? Na, okay. Da haben wir ihn bereits jetzt eingetütet. Oder es ist eine riesige, riesige, riesige Vermutung gewesen. Aber nicht so oft, nicht so viel, nicht so lang. Also, äh, das war... Das war Quatsch jetzt. Das war jetzt wirklich Quatsch. Also, man kann jetzt schon zusammenfassen und sagen, dass er, ähm, richtig dicke Sachen am Start hat. Also, allein das Skeleton ist, äh, deutlich mehr wert, als das andere Diddy Pad, das wir vorhin gesehen haben. Äh, da können wir gleich mal nachgucken, oder? Also, in Field Tested ist das Teil 252 Euro wert, in Minimalwert 395. Well One 292. Gucken wir hier mal, ob wir es noch mal sehen. Ja, das sieht eigentlich ziemlich... Halt's noch mal still, du Dackel! Das sieht eigentlich ziemlich nice aus, ne? Also, ich denke, im schlimmsten Fall FT, oder? Aber eher MW. Am besten gucken wir jetzt mal ganz genau drauf, ob er jetzt noch weiterhin irgendwie hier was mit den, äh, Vision-Geschichten am Start hat. Oder eher nicht. Am Anfang, das war einfach Ultra-Hardcore. Triple Chalk, obvious. Also, so lange durch die Tür zu ballern. Das ist ein Platz, wo man gerne mal steht, klar. Oh, okay, es wirkt auch, wirkt auch noch nach, äh, oder es riecht dann noch nach M-Assist. Ähm, das ist ein Platz, an dem man natürlich stehen kann. Und da kann man doch mal hin pre-firen, wobei die USP ja auch scheinbar nicht durchgeht. Da kann man ja mal hin pre-firen, aber halt nicht so lange, so oft und wirklich so gezielt auf den Kopf. Ich meine, später war dann zwar ein bisschen auf, aber trotzdem ist das ein bisschen, äh, ein bisschen arg. Ach, guck mal, da hebt das hin. Ja, doch, also, wie er es uns jetzt so richtig zeigt. Guck mal, Leute, guck mal, wie viel Geld ich verließe. Also, ich denke, es ist im schlimmsten Fall FT, oder? Eher noch MW. Also, so um die 400 Euro. Nur, was das Knife angeht. Dann hat er doch hier die Dragon King, die sicherlich auch noch ihren, ähm, Obolus fordert. Und die Cortex, was kostet die? 5 oder 10 Euro, so ungefähr, je nachdem, was für eine Condition die vorliegt. Oder ist die noch teurer? Jetzt gucken wir doch mal genau drauf. Also, hier oben auf Short ist einer, den hat er easy weggeholt. Mhm, einer bei Goose, der andere Onside. Er macht... Ah, er legt sich jetzt hier seine Wallhack-Smoke, oder was? Ah, um zumindest schon mal in Ruhe eine Nade schmeißen zu können, die nur zwei Damage gemacht hat. Und jetzt will er was machen? Hä? Willst du jetzt nicht die noch killen? Du Dödel, nachdem du den ersten Shot so ultimativ obviest gemacht hast, durch die Wand. Also, hier hätte doch jetzt eigentlich wirklich, äh, mal ganz gemütlich reinklatschen können, oder? Problemlos. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum er da nicht seinen Wallhack genutzt hat. Die Mecha Industries habe ich ganz vergessen. Die ist, glaube ich, auch ein bisschen was, äh, wert. Also, so overall. Oh, jetzt schießt er doch noch sein Mate an. Dödel. Sein Mate schütte dem Moly und erballert ihm auch noch in den Rücken. Uff. Also, auf Short kommt jetzt gleich einer, passt auf. Mal gucken, ob er den rafft. Also, er schießt da hin, als wenn er schon sagen wollen würde. Jungs, an alle die, die keinen Wallhack haben. Da kommt gleich einer. Mhm, mhm, mhm. Die Shots, also vor allem die Eagle Shots, waren natürlich kompletter Quatsch. Da hat er einen Headshot genascht. Einer ist jetzt noch oben bei T-Spawn, von dem er eigentlich wissen müsste. Oh, 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 er stellt sich aber ganz schön, ganz schön knapp dahin. Junge. Der hätte ich killen können jetzt. Hm, der andere ist close. Und lädt ultra laut nach. Ich bin hier übrigens. Also, auch ohne Wallhack hätte man da auf jeden Fall gewusst, wo er sitzt. Wenn man jetzt diese erste Szene vergisst, an der Tür, ist der Fall... Naja, ist er wirklich einen Ticken besser als der andere? Ich weiß es nicht. Wo sind die... Oh, eine Whitefire. Stimmt, die hat er ja auch noch. Die hat aber auch, glaube ich, so einen gewissen Euronenwert. Oh, 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 oh. Bissi? Da hat es nicht ganz gereicht. Oh, und den Mate angeneift. Das ist natürlich nicht so cool. Wobei, das ein Versehen war sicherlich. Kennt man ja auch so aus... Ab und an aus High- und Low-Games. Eher aus den Low-Games. Bis dass jemand noch so viel Energie hat von der Runde davor, dass es dann zack mal kurz eben in den Rücken von der Mate geht. Ist natürlich nicht so klug, wenn man nicht gerade auf Faceit spielt. Mhm, 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 mhm. Alles klar. Also, bei Mission Assist sind wir uns schon sicher, ne? Ada war nix. Griefing. Also, dieses ein- oder zweimal das Angeneife der Mates ist jetzt auch nicht so wichtig. Aim Assist. Was würdet ihr sagen? Video anhalten und jetzt dann kurz schreiben, was ihr dazu sagen würdet. Und übrigens, Leute. Leute, diese Woche fallen der Dienstags- und der Donnerstag-Stream aus, weil ich da nicht da bin. Ich werde heute Abend Nacht einen Stream machen, also Montag. Ich weiß noch nicht, wann ich starte, vielleicht 20 Uhr. Und am Mittwoch dasselbe machen. Freitags-Stream findet wie immer statt. Und vielleicht werde ich auch noch Dienstags und Donnerstags nachts dann einfach anmachen und dann noch ein bisschen rein daddeln. Aber diese beiden Streams fallen auf jeden Fall aus. Und nächste Woche Dienstag oder Donnerstag auch. Also, ich glaube Dienstag. Danach alles wieder chillig. Aber diese drei Termine sind leider belegt. Bei uns jetzt, ne? Wegen den Vorbereitungsgeschichten. Da bin ich nicht im Haus. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also, schön heute Abend mal reingucken auf Twitch. Ich sag mal ab 20, 21 Uhr. Und dann mitmachen, wer will. Wie immer, Giveaways, Viewer Games und so weiter und so fort. So, und ich habe jetzt oben bei Aim Assist das gedrückt, was ich vermute. Und das gleichen wir dann einfach in den Kommentaren ab. So. Na gut, wenn wir jetzt bald den Stream anschmeißen. Ich muss ja eh noch die Skins vorbereiten. Ich hab dann, lass ich es erstmal so. Zwei fette Schnecken mit Knife. Beide komischerweise mit volles Didi-Pads. Keine Ahnung, vielleicht ist das gerade was unter Cheatern so Trend. Das war jetzt natürlich eine recht freshe Brise. Und der erste hat auch noch Handschuhe. Denkt dran, so grüne. Beide, ob wir es am reinkeckeln, was will man mehr? Gut, dann bereite ich jetzt hier das Video noch nach und danach den Stream vor. Und dann ist es ja schon gleich soweit. Also, ich denke, ich gucke, dass ich um 20 Uhr starte einfach. 20, 20, 30 Uhr mache ich an. Und dann gucken wir einfach, wie lange wir reindadeln. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Bewertung und für die Kommentare. Wir sehen uns dann heute im Stream. Oder morgen Nacht im Stream. Oder am Mittwoch dann im Stream und so weiter. Denkt dran, am 3.7. Am Samstag, jetzt kommenden Samstag, ist Special Livestream. Da spielen wir den ganzen Tag Faceit. Und da gibt es dann auch ein Knife für alle. Also ein Knife zu gewinnen, eins. Und da kann jeder mitmachen, so. Um mich richtig auszudrücken. Hau da rein. Und natürlich hauen die Kanalmitglieder und Patreons auch hardcore rein. Weil es richtige Schnuckelchen sind, ne? Bis dann. Ciao, ciao.